Das Internet kocht. Wir müssen reden. Heute sprechen wir mal über Sascha aka Alexander Koslowski, der einer von den zwei Außenseitern ist, zwei YouTube-Urgesteine. Beide sind mit dem Kanal, soweit ich weiß, überhaupt nicht mehr aktiv und auch schon seit langer Zeit. Eine Sache, die viele Leute ja beschäftigt hat, ist die Trennung von Paola und Alex. Die zwei waren sehr lange zusammen, irgendwie um die neun Jahre, meinte er in dem Interview, über das wir gleich sprechen werden. Und die haben ja auch zwei kleine Kinder miteinander. Und nach sehr langer Zeit kam ja dann schließlich dieses eine Video, ich glaube auf Paolas Kanal, in dem darüber gesprochen wird, dass sie sich nun getrennt haben. Das ist jetzt circa ein halbes Jahr her. Und seitdem ist das Ganze für viele irgendwie so ein Mysterium, weil die Trennung an sich nicht weiter thematisiert wurde und natürlich sehr viele interessiert, wie es so nach so langer Zeit auseinander geht. Nun war Alex in einem Podcast zu Gast, in dem er eben darüber sprach, was denn damals so passiert ist, wie sich das alles angebahnt hat, auch ein bisschen aus deren Leben erzählt hat, was man jetzt vielleicht nicht so mitbekommen hatte. Und darüber werde ich in diesem Video mit euch sprechen. Außerdem wird es auch um das famose Tattoo gehen. Ich habe mit euch ja auf Instagram über die ganze Paola und Alex Sache gesprochen, in Videos jetzt bisher noch nicht. Aber es gab ja sehr viele Hinweise darauf, schon seit einer Weile, dass Paola wieder mit jemandem Neues zusammen ist. Und die, die mir auf Instagram folgen, wissen das ja schon. Wir haben da Storys verglichen, etc. Und diese Hinweise waren schon sehr deutlich. Also ich denke auch, dass die durchaus auch irgendwo durchblicken lassen wollten, dass da was ist, weil es halt wirklich so leicht zusammenzureimen war, wenn man jetzt irgendwie grob davon wusste. Er hat darüber gesprochen, dass er ja aktuell wieder auf Madeira wohnt. Die beiden sind ja damals nach Dubai ausgewandert, was auch einen ziemlichen Shitstorm für die ausgelöst hatte. Und von Dubai dann nach Madeira. Er ist jetzt immer noch dort, anscheinend in einem Airbnb, direkt neben dem, in dem er mit Paola damals zusammen gewohnt hatte, bevor sie sich getrennt hatten. Auf einem Felsen, wo ich lebe, immer noch. Du lebst auf einem Felsen? Ja, es ist ein Felsen tatsächlich. Drei Minuten vom Flughafen Christian Ronaldo entfernt Porto Novo. Das ist auf Madeira in Porto Novo. Interessante Dinge, die er halt so aus deren gemeinsamen Zeit erzählt, ist zum Beispiel diese ganze Dubai-Zeit. Die waren ja dort und sind dann doch wieder irgendwann gegangen. Und er spricht über diese Dubai-Zeit. Und ich finde das spannend, dass er weiterhin nicht so ganz realisiert, warum es so viel Kritik für deren Entschluss gab. Er meinte, andere haben das ja auch gemacht, was natürlich kein Argument ist, aber okay. Und man muss dazu auch sagen, dass auch andere dafür durchaus Kritik erhalten haben. Und ich finde das auch ganz komisch, dass er selbst ja berichtet, dass es ihm dort nicht gut ging. Und er meinte, dass man nicht drumherum kommt, diese ganzen Menschen zu sehen, die da nun gegen ihren Willen unter widrigen Umständen bei 50 Grad, anscheinend, wie er selber erzählt, mit Maske in der Hitze auf Baustellen arbeiten müssen. Da meinte man, fährt dran vorbei und man muss es entweder sich irgendwann mal damit auseinandersetzen oder es halt einfach ausblenden. Und es ist nicht so, als könnte man dem einfach so entgehen. Und selbst wenn, man weiß ja, was los ist. Also er vergleicht das Ganze sogar wie mit einem Zoo. Und ich finde es halt irgendwie spannend, dass bei ihm dann trotzdem dieser Funke nicht so überspringt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Selbstschutzfunktion vom Verstand, was auch immer. Was ich auch spannend finde ist, dadurch, dass wir nicht mehr dort wohnen und wir auch relativ offen jetzt darüber sprechen können, was dort eigentlich so abgeht, hat er auch ein bisschen was davon erzählt. Und diese ganze Dubai-Scheinwelt ist seinen Aussagen nach halt komplett fake. Ich glaube, das haben sich aber auch viele gedacht. Das war für mich die krasseste Erkenntnis, dass das alles geblendet ist und dieses Geblende macht mich glücklich. Wir hatten das Größte von Größten. Und er meinte eben auch, dass dort viele Dinge einfach nicht richtig funktionieren, dass diese tollen, krassen Häuser, die hatten irgendwie eine Villa mit 16 Badezimmern oder so oder 13 Badezimmern, irgendwie sowas. Und er meinte eben auch, dass die Sachen dort nicht richtig funktionieren, dass die Kanalisation voller Sand ist, dass die Häuser schlecht gebaut sind. Wenn es einmal regnet bei diesen drei Regentagen im Jahr, dann haben alle Probleme, Dinge sind kaputt, müssen repariert werden und so. Also es ist halt wirklich eine Stadt, die auf Schein statt auf Sein basiert. Und er meinte auch, wenn sich da jetzt ein oder zwei Jahre niemand um diese Stadt die ganze Zeit kümmern würde, würde sie auch direkt wieder von der Wüste verschluckt werden. So, kommen wir jetzt aber mal zu dem, was wahrscheinlich die meisten Leute sehr stark interessiert. Und zwar die Trennung. Er spricht nämlich sehr viel über die Trennung. Seiner Meinung nach, das finde ich interessant, ging es dann bergab, als der Umzug nach Madeira kam. Und er sagt da auch ein paar ganz gut klingende Sachen. Zum Beispiel, dass es halt nicht ihr Traum war, so abgeschieden zu leben. Dass es für sie nicht leicht war, weil sie dann in Deutschland gearbeitet hat und ständig ewig hin und her reisen musste. Sie hatte wohl auch da schon angesprochen, dass zwischen ihnen irgendwie das kriselt. Und meinte eben, dass sie es jetzt nochmal versuchen werden. Aber wenn das nicht funktioniert, dann wird es vorbei sein. Also sie hat selbst seinen Aussagen nach bereits lange Zeit vor der Trennung offen angesprochen, dass es darauf zuläuft. Was spannend ist, weil er im Nachhinein wirklich sehr viel nicht wahrhaben will, was passiert. Weil er nämlich dann auch sagt, dass selbst nach dem Trennungsvideo, als es dann mal irgendwann soweit war, er wohl nicht realisiert hat, dass diese Trennung echt ist. Obwohl die sich ja offen angebahnt hat. Der erste Schock, wo es mir klar wurde, dass die Trennung tatsächlich gerade passiert. Also das ist nicht einfach so, um sich selbst zu finden. Oder der Kampf beginnt jetzt erst, sondern das ist wirklich jetzt die Trennung. Das war der erste Schock und das war, glaube ich, im März. Er erzählte auch, dass vor der Trennung schon sehr viel Distanz zwischen ihnen geherrscht hat. Dass die sich dann nicht mal mehr umarmt haben, wenn sie mit dem Flieger nach Deutschland abreisen musste, um zu arbeiten und solche Sachen. Dass sie in diesen getrennten Zeiten nicht irgendwie gegenseitige Updates durchgegeben haben. Und gefragt haben, wie es der anderen Person geht etc. Und seinen Aussagen nach war es dann eben so, dass dann irgendwann der Moment kam, in dem sie anscheinend eine Art Streit hatten. Und er dann zu ihr meinte, dann solle sie halt nach Deutschland fliegen. Und dann in ihren Augen deutlich gesehen hat, dass es auch tatsächlich das ist, was sie gerne machen würde. Und schließlich kam es dann so zum Trennungsvideo. Seinen Aussagen nach war diese ganze Trennung an sich mit super viel Charme für ihn verbunden. Weil er das einfach aus seiner Sozialisation nicht kennt. Wo mein Gefühl her war, ich dachte mir, ey, ich habe mich geschämt. Ich habe mich wirklich geschämt. Warum? Keine Ahnung. Du musst dir vorstellen, in meinem Stammbaum, in meiner Familie, bin ich wahrscheinlich der Erste, der in meiner Welt, in meinem Kopf versagt hat. Also versagen meine ich, dass er nicht zusammen die Familie halten konnte. Mein Vater ist mit meiner Mutter fast 40 Jahre immer noch zusammen. Die schlafen um Abend und ich kenne das auch. Ich kenne das schöne, gesunde Elternverhältnis. Wie es auch bei den Türken sagt, wenn erst die Langeweile eintritt, ist das wahre Glück. Weißt du? Und ich weiß, was Familie ist. Seinen Aussagen nach kam dann erst Mitte März langsam so die Realisation, dass diese Trennung wirklich echt ist. Und so full on auch erst, als der andere Alex schließlich ins Spiel kam. Da hatte ich mit euch auf Instagram bereits darüber gesprochen und gezeigt, so okay, man hatte Storys gesehen, dass die beiden auf jeden Fall miteinander unterwegs sind. Dieser Alex Toss, ein Unternehmer mit dem Polar jetzt anscheinend zusammen ist. Man hat gesehen, dass die gemeinsam auf Events waren. Man hat sogar Paulas Kinder bei ihm auch in der Story dann mal gesehen gehabt. Was irgendwie ein ziemliches Fauxpas ist, weil sie ebenfalls im selben Moment gefilmt hatte. Aber sie hat die Kinder zensiert, er dann wiederum nicht. Dann gab es ja diesen einen ganz krassen Moment. Das hat auch Alex, Sascha Alex anscheinend sehr stark belastet. Und zwar tauchte doch dieses Foto auf. Das hatte ich ja für euch damals gepostet. Und das hat dann ja auch ziemlich die Runde gemacht von diesem Arm, auf dem Paulas Gesicht tätowiert war. Von diesem Tattoo-Studio irgendwie. Und das ist sehr interessant, weil ich habe dann einen Artikel darüber gefunden. Jemand hatte das Tattoo-Studio kontaktiert, weil nachdem ich die Story gepostet hatte, wurde dann kurze Zeit später dieses Foto aus dem Story-Highlight von dem Tattoo-Studio rausgelöscht. Und es gibt einen Artikel darüber. Und da wurde dann eben das Tattoo-Studio kontaktiert. Und deren Aussagen nach. Weil alle dachten natürlich, das wäre jetzt Paulas neuer Partner, der sich ihr Gesicht tätowiert hat lassen. Speziell, weil er ja auch eine Verbindung zu dem Tattoo-Studio hatte. Aber laut dem Tattoo-Studio wüssten sie nicht, wer Paola ist. Und haben angeblich einfach einen Ordner mit Frauengesichtern, die sie random Leuten tätowieren. Und Paolas Gesicht ist eines davon. Das ist definitiv die offizielle Variante. Klingt irgendwie einfach nicht echt. Weil es einfach so abstrus ist. Keine Ahnung, vielleicht stimmt es aber tatsächlich. Was aber genauso weird ist. Und als das alles dann eben publik wurde und natürlich auch ein bisschen medial Wellen geschlagen hat, dass da dieses Paola, riesige Paola-Tattoo auf dem Körper von irgendeinem Typen ist, hat es dann eben auch ihn erreicht. Und der zweite Dolchkampf vor kurzem. Oder das war ein Schwert. Was war das? Ich habe es über TikTok erfahren, dass sie ja jemand Neues hat, jemand Neuen hat. Und das war wie, also ich fühlte mich von allen Menschen, die ich so krass, wir wollten über solche Sachen reden. Also wenn jemand Partner hat, dass man es sich gegenseitig hat. Ich ging davon aus, da gibt es jemanden. Also ich fühlte das auch im März schon oder ich dachte das zu fühlen oder im April, dass da wahrscheinlich jemand ist, der um ihr Herz kämpft oder der ihr gefällt, der vielleicht diese geküsst hat, was für mein Ego schon so schlimm genug war oder vielleicht im schlimmsten Fall mit ihr geschlafen hat mehrmals. Aber auf diesem Level, Bruder. Ich sehe auf TikTok einfach ein Tattoo, ein Porträt von ihr auf einen männlichen Körper. Man merkt einfach unterm Strich, dass er super verletzt ist, viele Dinge noch nicht verarbeitet hat, damit den Prozess noch nicht so ganz durch ist. Menschen gehen unterschiedlich mit Situationen um. Menschen gehen auch unterschiedlich lange mit Situationen um. Und auch die Tatsache, dass Paola mittlerweile jemanden Neues zu daten scheint, bedeutet ja auch nicht, dass die neun Jahre von ihrer Seite aus nicht echt waren. Also das ist auch so ein komischer Vorwurf, den ich immer wieder in Kommentaren auf TikTok und sowas lese. Und ich denke mal so, manche Menschen können schneller weitermachen als andere. Das heißt nicht, dass das, was davor war, nicht echt war. Genauso weiß man auch nicht, wann dieser emotionale Distanzierungsprozess eigentlich passiert, weil er selbst berichtet ja davon, dass die schon eigentlich sehr lange so eine stille Trennung durchgemacht haben, bevor die offizielle Trennung kam und er es da nicht wahrhaben wollte und auch im Nachhinein nicht wahrhaben wollte. Und Paola das ja schon lange davor offen angesprochen hatte. Also sie kann ja wahrscheinlich schon irgendwie ein Jahr lang oder so, bevor wir jetzt hier heute stehen, bereits angefangen haben, sich ja emotional zu trennen. Wisst ihr, was ich meine? Also eine Trennung und die Verarbeitung einer Trennung muss ja nicht erst, sobald man es ausspricht, passieren. Das passiert sehr häufig auch schon ein ganzes Stück weit davor. Jetzt zum Abschluss wollte ich noch auf ein paar Aussagen eingehen, weil ich weiß, dass es definitiv von Leuten kommen wird, die sich das angeschaut haben. Es gibt ein paar sehr problematische Aussagen von ihm in diesem Interview. Ich habe ja dann auch ein bisschen rumgeschaut, was es mit diesem Podcast da überhaupt auf sich hat. Und Leute, ich habe ein bisschen was rumgegoogelt und dann bin ich auf TikTok gegangen. Und dieser TikTok-Algorithmus ist ja so crazy. Mir wurde direkt ein Clip von diesem Podcast vorgeschlagen, der ja viral ging. Und zwar von diesem Nick oder Nils oder wie auch immer dieser Typ heißt, der sehr interessante Inhalte verbreitet. Das ist auf jeden Fall derselbe Podcast. Jetzt wundert es mich tatsächlich auch nicht mehr so, dass der Typ in diesem Podcast so viele, in meinen Augen doch sehr seltsame Aussagen, so unkommentiert hat stehen lassen. Einige Sachen zu dem ganzen Dubai-Thema, aber eben auch einige Sachen, was die ganze Trennung zu Paola angeht. So meinte Sascha zum Beispiel, dass Paola ja dann sehr erfolgreich war, während er halt überhaupt nicht mehr. Und sie war dann in seinen Augen irgendwie nicht mehr dankbar genug dafür, dass er auf die Kinder aufgepasst hat, während sie Termine hatte. Was, hey, Wertschätzung, Care-Arbeit und sowas, ja. Aber gleichzeitig sagt er, sein Problem zu der Zeit war, dass er gerne wie jetzt einfach Zeit wollen würde, frei zu sein und alles zu machen, worauf er Bock hat. Und ich denke mal so, okay, irgendwer muss ja aber dann am Ende des Tages auch diese Villa mit diesen zwölf Badezimmern zu dem Zeitpunkt, als er darüber berichtet, bezahlen. Und in dem Fall war es ja die Frau, die sozusagen einen Vollzeitjob hat. Also irgendwer muss ja am Ende dann die Care-Arbeit übernehmen. Und das ist ja dann in dem Fall der Mann. Er scheint allgemein so ein bisschen sehr heteronormative Vorstellungen zu haben und damit auch ein bisschen zu kämpfen zu haben. Und wie gesagt, Dankbarkeit ist super wichtig, aber die Wertschätzung der Care-Arbeit scheint in dem Fall nicht das eigentliche Problem gewesen zu sein. Was natürlich ein bisschen fragwürdig ist. Was aber noch viel problematischer ist, ist, dass er dann von einer Schwangerschaft erzählt und davon berichtet, dass er gerne Paola komplett abgekapselt hätte. Und komplett abgekapselt heißt nicht vor der Öffentlichkeit, sondern, was sowieso schon schwierig wäre, weil das ist ja verdammt nochmal ihre Entscheidung, aber, dass er sie auch von Freunden und so abkapseln will und sowas, dass er sie wirklich nur ganz allein für sich haben will und so und jo, Alarm. Und dann habe ich drüber nachgedacht, so Dubai und Madeira passen ja beide dann ja auch irgendwie ganz gut in dieses Abkapsel-Thema, oder? Und dann gab es noch verschiedene Sachen, da ging es um Paolas YouTube-Start, weil er ja die treibende Kraft dahinter war und das ist definitiv etwas, was man ihm hoch anerkennen muss, aber manche seiner Aussagen gingen dann doch ein bisschen in eine objektifizierende Richtung. Also, ja, keine Ahnung. Ist schon schwierig. Er scheint aber ein Mensch zu sein, der super viel sich mit Dingen beschäftigt und drüber nachdenkt und jetzt gerade dabei ist, sich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen. Also eventuell reflektiert er, was solche Sachen angeht, auch in Zukunft mehr. Am Ende des Tages kann man beiden wirklich nur das Beste wünschen und ihm speziell auch nochmal wünschen, dass er irgendwas findet, was ihm diese Melancholie nimmt, sage ich jetzt mal aufheministisch, weil ich will jetzt hier keine Diagnosen stellen, weil man merkt einfach, dass er da noch sehr viel festhängt, was man unter anderem auch daran merkt, dass er gegen Ende über seine Zukunftsfläne spricht und sein Hauptziel aktuell ist die Hauptrolle, in einem Film zu spielen, den er auch selber schreiben will, der Alex heißt und von einem gerechten Menschen in einer schlechten Welt handelt. Das ist kein Scherz, Leute. Das ist literally, was er gesagt hat. Also vor dem Verarbeiten und einem Abschluss mit der Sache sind wir hier, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt. Ja. Was denkt ihr über das Ganze? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich werde gleich darunter kommen und ganz gerne nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!